Wir wollen uns nun unterhalten über die Halbleiter-Bauelemente der Leistungselektronik. Das heißt, wir wollen hier zunächst eine Übersicht geben über die Bauelemente, die in der Leistungselektronik eingesetzt werden. Jetzt zunächst wollen wir uns kurz unterhalten, was wollen wir eigentlich von diesen Bauelementen, das heißt, welche Anforderungen stellen wir. Und zunächst kann man festhalten, wie schon in der Einleitung, dass diese Bauelemente eingesetzt werden als Schalter. Das heißt, die Bauelemente sind optimiert mit dem Ziel, dass wir diesen idealen Schalter kriegen. Das heißt, anders als bei Bauelementen in der klassischen Elektronik sind die wesentlichen Anforderungen, dass wir einerseits hohe Spannungen sperren können im Auszustand und dass das Bauelement sehr hohe Ströme führen kann, im Einzustand ohne kaputt zu gehen. Das sind also die wesentlichen Anforderungen an Leistungselektronische Bauelemente. Wir optimieren sozusagen den Auszustand, möglichst hohe Spannungen wollen wir sperren können, idealer Schalter möglichst unendlich hoch und wir wollen im eingeschalteten Zustand möglichst hohe Ströme führen, ohne dass zu große Verluste entstehen. Das heißt, das eigentliche Ziel ist, wir wollen hier eine Minimierung der Verluste vornehmen im Schaltbetrieb und haben damit jetzt also komplett andere Optimierungsziele bei Leistungsbauelementen gegenüber Bauelementen in der Signalelektronik. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, die Bauelemente in der Leistungselektronik werden anders aufgebaut und werden nach anderen Kriterien optimiert als Bauelemente in der Signalelektronik. Das heißt, die Bauelemente der Leistungselektronik sind etwas anders aufgebaut als die entsprechenden Bauelemente der Elektronik. Damit meine ich jetzt hier die Informationsverarbeitende Elektronik. Und wir haben also andere Anforderungen zu erfüllen. Wollen wir uns das mal angucken, was das bedeutet? Wir hatten schon in der Einführung den idealen Schalter uns angeschaut. Wir wollen jetzt hier mal einen Vergleich machen zwischen einem realen Schalter und einem idealen Schalter. und zwar anhand der Verläufe von Strom und Spannung. Das heißt, wovon wir ausgehen, ich zeichne das mal hier rechts, wir haben einen Schalter. Dieser wird gesteuert werden über ein Steuersignal. Über dem Schalter wird eine Schalterspannung US abfallen und ein Strom IS fließen. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie jetzt sich hinsichtlich dieser Größen der Ideale von dem realen Schalter unterscheidet. Dazu machen wir hier links den idealen Schalter. Rechts werde ich die Verläufe des realen Schalters machen. Fangen wir an. Oben als erstes wollen wir uns das Steuersignal darstellen. Das heißt, ein logisches Signal, das jetzt nur den Zustand angibt, ist der Schalter ein oder aus. Das ist jetzt in beiden Fällen gleich. Sagen wir mal, wenn das hier auf einem High-Pegel ist, sei der Schalter eingeschaltet. Wenn es auf dem Low-Pegel ist, sei er ausgeschaltet. Das heißt, hier oben haben wir ein, dort unten aus. Und wie gesagt, das sei jetzt noch gleich. Weil das von außen kommt, das wird jetzt erstmal nicht beeinflusst durch unser Bauelement. Und jetzt wollen wir überlegen, was macht jetzt der Schalter, der ideale und der reale Schalter, wenn wir das vergleichen. Fangen wir zunächst an mit dem idealen Schalter. Der ideale Schalter wird jetzt nach Möglichkeit im Einzustand, das heißt, wenn wir hier das Signal auf High haben, bis zu diesem Zeitpunkt im Einzustand, wird er keinen Spannungsabfall nach Möglichkeit haben. Das heißt, wir werden hier in diesem Zustand eine Spannung von 0 kriegen. Und er wird dann umschalten, sofort in diesem Augenblick, wo das Steuersignal von High auf Low geht, das heißt, hier von Ein auf Aus geht, wird er umschalten an dieser Stelle und dann eine maximale Sperrspannung aufnehmen, die dann durch unsere Schaltung vorgegeben ist. Das heißt, wir haben hier an der Stelle das Hin- und Herschalten bezüglich der Spannung. Wir haben einen Scheitelwert US Max der Spannung, den Maximalwert, den der Schalter sperren soll im Auszustand und im Einzustand haben wir eine Spannung von 0 Volt. Das ist das, was der ideale Schalter macht bezüglich der Spannung. Wie wird das jetzt aussehen bei einem realen Schalter? Bei einem realen Schalter werden wir jetzt hier schon einen leichten Unterschied feststellen können. Das heißt, wenn wir hier die Schalterspannung betrachten, wird man folgendes feststellen können. Reale Schalter haben einen Restspannungsabfall im eingeschalteten Zustand. Das heißt, wir werden an dieser Stelle nicht ganz auf die Spannung 0 kommen, sondern wir werden im eingeschalteten Zustand eine Spannung haben, die größer als 0 ist. Hier US größer als 0. Im komplett ausgeschalteten Zustand werden wir natürlich dieselbe Sperrspannung haben, wenn das Bauelement nicht defekt ist. Das heißt, hier werden wir irgendwo dieselbe Sperrspannung US Max haben. Und jetzt wird es noch einen Unterschied geben. Tatsächlich werden wir hier an der Stelle auch einen nicht schlagartigen Übergang kriegen, sondern so eine langsame Änderung zwischen Ein- und Auszustand. Schauen wir uns das nochmal an. Hier so wird das vielleicht irgendwie verlaufen. Das heißt, wir werden nicht schlagartig ausschalten. Wir werden aber auch nicht schlagartig einschalten können an dieser Stelle. Das wäre jetzt der Verlauf, den wir haben. Das ist also beim realen Schalter. Jetzt schauen wir noch weiter, wie sieht das mit dem Strom aus. Auch hier wieder der ideale Schalter. Wenn wir den idealen Schalter hätten an dieser Stelle, dann hätten wir hier einen Strom im Schalter, der dann 0 ist, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Das heißt, in diesem Intervall hier, wenn der Schalter im Auszustand ist, fließt kein Strom durch das Bauelement. Im Einzustand hingegen wird der maximale Stromfließen auch wieder hier so ideal umgeschaltet an dieser Stelle. Der schaltet schlagartig um auf den Strom IS Max und im Auszustand haben wir wieder den Strom 0. Beim realen Schalter wird auch das hier wieder unterschiedlich sein. Das heißt, tatsächlich werden wir beim realen Schalter, wenn wir das hier betrachten, auch hier sehen, dass wir zwar dann, wenn wir eingeschaltet sind, das heißt auch hier in diesem Einzustand sind an dieser Stelle, dass wir dann für eine gewisse Zeit natürlich den Maximalwert des Stromes hier führen. Das heißt, wir werden den gleichen Wert IS Max, wie vorher auch hier führen. Vielleicht ein bisschen niedriger, wenn der Schalter sozusagen selber den Strom begrenzt, aber es wird jetzt auch folgendes sein, im Auszustand wird ein geringer Strom, sag ich mal üblicherweise als Sperrstrom, fließen. Das heißt, wir werden auch hier nicht an der Stelle ganz den Strom 0 kriegen. Tatsächlich ist dieser Sperrstrom häufig sehr, sehr gering im Mikroampere-Bereich oder so, dass wir ihn vernachlässigen können, aber er wird eigentlich da sein. Und es wird auch folgendes passieren, genauso wie bei der Spannung wird auch hier der Strom nicht schlagartig runterspringen können beim Übergang vom Ein- in den Auszustand, wenn das Steuersignal sich ändert, sondern beim realen Schalter wird das hier auch wiederum langsam abnehmen. Und genauso wird hier auch der Strom dann beim Übergang von Aus zu Ein langsam zunehmen an dieser Stelle. Das heißt tatsächlich, wenn wir das so betrachten, werden wir hier sehen, wir haben hier schon gewisse Abweichungen von den Verläufen des idealen Schalters. Und was ist jetzt sozusagen das Entscheidende? Wenn wir jetzt hier im letzten Diagramm unten uns mal nämlich den Verlauf der momentanen Verlustleistung aufzeichnen, P von T, dann werden wir sehen, okay, tatsächlich momentanen Verlustleistung ist das Produkt Spannung mal Strom am Bauelement. In diesem Fall des idealen Schalters haben wir überall den Verlauf 0. Hier ist P von T konstant gleich 0. Es treten keine Verluste auf beim idealen Schalter, weil er sofort schlagartig umschaltet und weil nie gleichzeitig Strom und Spannung auftreten. Beim realen Schalter hingegen sehen wir, tauchen jetzt hier Verluste auf. Und was haben wir? Wir haben zum einen während der Einschaltphase hier einen Restspannungsabfall. Das sehen wir hier an der Stelle, wir haben hier einen Restspannungsabfall. Wenn wir P von T betrachten, U mal I, ein gewisses Produkt von 0 verschieden. Das heißt, in diesem Bereich an dieser Stelle haben wir irgendwo eine momentanen Verlustleistung, die Leitverluste oder Einverluste des Bauelements. Dann sehen wir, wir haben hier ein Zeitintervall, in dem sich sozusagen Strom und Spannung ändern. Und während dieses Zeitintervalls treten sehr große momentanen Verlustleistungen auf. Das heißt, hier irgendwo in der Mitte kann es sein, dass wir sehr hohe Werte des Produktes Strom als Spannung kriegen. Tatsächlich bei sogenannten induktiv geklemmten Lasten kann es vorkommen, dass gleichzeitig Maximalwert von Strom und Spannung am Bauelement auftreten oder sogar kurzzeitig größere Werte aufgrund von parasitären Effekten. Das heißt, das wir haben werden, ist hier so ein Strom, ein momentanen Leistungspiek. Und dann werden wir im Auszustand hier, weil wir bei sehr hoher Spannung einen geringen Stromfluss haben, hier auch noch eventuell geringe Verluste haben, die sogenannten Sperrverluste, die aber meistens vernachlässigbar sind. Und hier auch bei dem Einschaltvorgang, auch dort werden wir diesen Peak haben und dann hier wieder im ausgeschalteten Zustand so. Verluste. Das heißt, wir sehen jetzt hier an der Stelle, okay, bei einem realen Schalter treten Verluste auf. Ströme und Spannungen können sich nicht beliebig schnell ändern. Und wenn man jetzt genau hinguckt, werden wir sehen tatsächlich, wir haben auch Verzögerungen jetzt drin. Das heißt, der reale Schalter kann nicht beliebig schnell einschalten, aber kann auch nicht sofort einschalten. Also nicht mal dieser Anstieg beginnt direkt nach dem Umschaltsignal, sondern wir haben hier irgendeine gewisse Verzögerungszeit, nennen wir die TD vom englischen Delay, wir haben eine gewisse Verzögerungszeit sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten. Das heißt, fassen wir das mal kurz zusammen, aufgrund dieser Verläufe, als Vergleich sozusagen von realem mit idealem Schalter. Bei dem realen Schalter haben wir Verzögerungen und endliche Anstiegszeiten. Das ist das erste, was wir jetzt sozusagen gesehen haben. Das heißt, Strom und Spannung können sich nicht schlagartig ändern. Und beim Umschalten wird hier an der Stelle nicht instantan Strom und Spannung sich ändern können in einem Moment, sondern es wird eine gewisse Zeitdauer dauern. Beim idealen Schalter haben wir hier sozusagen ein sofortiges Umschalten. Dann haben wir gesehen, okay, als zweites beim realen Schalter haben wir einen Spannungsabfall im Einzustand und daraus resultieren dann sogenannte Leitverluste oder Einschaltverluste, äh, nicht Einschaltverluste, sondern Leitverluste im eingeschalteten Zustand. Der ideale Schalter hat hier eine Schalterspannung, US gleich 0, kein Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand. Dann haben wir gesehen, okay, tatsächlich, ähm, wir haben hier einen Strom im Auszustand beim realen Schalter. Auszustand, das heißt, hier den zeigen wir auch als Sperrstrom. Wir haben sogenannte Sperrverluste, wie gesagt, das ist häufig vernachlässigbar, können ein bisschen einklammern, äh, spielt bei nicht allen Bauelementen eine große Rolle. Äh, beim idealen Schalter haben wir das hingegen nicht, IS ist gleich 0. Und als letztes können wir jetzt noch sagen, okay, tatsächlich, ähm, das hängt eigentlich zusammen mit diesen endlichen, äh, Anstiegszeiten. Beim realen Schalter treten auch noch Schaltverluste auf, äh, die bedingt sein können, nicht nur, aber auch bedingt, ähm, durch Überlappungen von Strom und Spannung während des Ein- und Ausschaltens, äh, äh, und hier beim idealen Schalter haben wir dieses Problem nicht, das heißt, hier hätten wir, äh, keine Verluste. Das heißt, es ist ganz grob, äh, an dieser Stelle, was wir festhalten können, das heißt, reale Schalter, ähm, werden Verluste aufweisen. Das ist die wesentliche Quintessenz und auch, äh, werden die realen Schalter nicht beliebig hohe Spannungen sperren können und beliebig hohe Ströme, äh, leiten können. Das heißt, äh, werden es, äh, äh, später betrachten bei den Bauelementen, wir werden tatsächlich Bauelemente auswählen, äh, je nachdem, wie viel Spannung sie sperren können oder wie viel Strom sie führen können. Das heißt, in der Leistungserhetronik, wenn man einen, äh, zum Beispiel 100 Volt, 10 Ampere Mosfet, ähm, kauft oder einsetzt, heißt das, der kann 100 Volt sperren und maximal 10 Ampere im Leitzustand führen, wobei man dann auch wieder aufpassen muss, okay, wie, äh, ist das letztlich, ähm, definiert, vor allem dieser Stromverlauf.